hallo und willkommen bei einer kleinen bei einem kleinen video mal heute zeige ich euch mal meinen pc ich habe mich mal entschieden hier unten ist ja ich zog grad ls 17 also für ls 17 reicht ich habe 120 fps häufig mit aufnahme habe ich immer noch so 60 70 so ungefähr hier noch meine seiten konsole noch mein lenkrad also auch und mit pedalen so sieht man ja auch und wie man hier kann zieht habe ich hier mal schaue ich mir gerade so das ropa dc ein bisschen an und zocken bisschen und naja ich wollte mal schon mal sagen wie ich auf die pc vorstellen gekommen bin paul hat mich inspiriert mit seiner pc vorstellen dann macht das ja auch mal wenn er mich ja so inspiriert ich werde ihn auch verlinken am pc dann und jetzt wünsche ich euch viel spaß bei dem video wo es hier war und ich werde jetzt mal ein bisschen aufnehmen und halt im teamspiel schön und das war's ja jetzt tschüss bis zum nächsten mal und tschau und falls euch das video gefallen hat gefeinheit gibt einen daumen hoch falls euch nicht gefallen hat gibt einen daumen runter und sagt dann wenigstens was verbessern soll und so und naja das war's dann sage ich tschau tschüss und bis zum nächsten mal tschau